Und so ist es auch Ende Oktober gewesen, also meine Einflugmeldung. Wir haben unsere Hindernisbefeuerung eingestellt, ca. 10 Maschinen, höchstens nur Sperrholz und Segeltuch mit Spannlack. Da stand drauf, Hut vor Hut, Holz gehört zu Holz. Ich bringe auf das Wohl des amerikanischen Palloten, der seine Freude an Holzbunden hatte. Ich bringe auf das Wohl des amerikanischen Palloten. Ich bringe auf das Wohl des amerikanischen Palloten.